Gut, meine lieben Geschwister und liebe Leute draußen, die ihr zuschaut und zuseht. Ja, wir wollen das Wort Gottes uns anhören und darüber nachdenken und lass uns doch zusammen beten, dass Gott zu uns spricht. Herr, wir preisen dich, wir danken dir, du bist der Auferstandene, Jesus, du hast den Tod überwunden, du lebst, Herr, und wir preisen dich und beten dich an und wollen dir diese Zeit echt widmen, wollen zuhören, wollen bereit sein, uns von dir was sagen zu lassen, Herr. Und du hast so gute Worte, Herr, Worte des ewigen Lebens, Worte der Ermutigung, Worte der Orientierung, der auch der Zurechtweisung, Herr, Worte der Wahrheit, die uns die Augen öffnen über dich und über die Welt. Und wir preisen dich und danken dir, dass wir dieses Geschenk haben deines Wortes und bitten dich, dass du unsere Herzen wirklich weich machst, dieses Wort zu empfangen mit Sanftmut. Ja, dass das, was du damit bezweckst, auch in uns geschieht, Herr, dass Glauben gewirkt wird und gestärkt wird, Vertrauen in dich und ja, bis dahin, dass es auch zur Kraft wird, die uns zum Handeln inspiriert und befähigt, Jesus. Und danke, Herr, dass du lebst und dass du ja nicht nur zur rechten Gottes sitzt, sondern durch deinen Geist auch mitten unter uns bist und in uns lebst, Herr. Wir preisen dich für diese großartige Wahrheit und ja, bitten dich, dass du jetzt wirkst, wenn wir dein Wort lesen, hören, betrachten, darüber nachdenken, Herr. Amen. Ja, wir wollen hineingehen ins zweite Buch Mose, in das Buch Exodus, wie es auch genannt wird, das Buch des Auszugs. Und ja, wir sind durch das erste Buch Mose, das Buch des Anfangs hindurchgegangen und fangen jetzt in Kapitel 1 an. Und das Kapitel 1 fängt mit einem wunderbaren Wort an. Im Hebräischen ist es nur ein Buchstabe. Das Wort heißt und. Und das und ist, wir stellen es manchmal da, vielleicht in WhatsApp-Nachrichten oder SMS, dann schreiben wir ein Plus. Und ja, es ist etwas, es wird fortgesetzt, es ist eine Fortsetzung, es geht weiter mit der Geschichte Gottes. Mit der Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit der Geschichte Gottes mit der Schöpfung, mit der Geschichte Gottes mit dem Heilsplan Gottes, der sich entfaltet, mit mit der Rettung Gottes von uns Sündern. Und das erste Buch Mose offenbart uns so klar, dass wir in einer sehr guten, wunderbaren Schöpfung Gottes leben, diese Schöpfung aber durch den Sündenfall des Menschen verdorben ist, zerstört ist, kaputt gemacht ist. Das Wunderbare dieser Schöpfung, du kannst es noch erkennen, wenn du die Augen aufmachst. Der Frühling macht es uns so deutlich im Moment gerade. Wenn wir hinausschauen, wenn wir diesen, irgendwie als ich heute Abend losgefahren bin, stand ich vor diesem riesigen Kirschbaum, der schräg gegenüber von unserem Haus steht und er ist gerade in so einer prachtvollen Blüte, so eine riesige weiße Wolke und in diesem Sonnenabend, Sonnenlicht leuchtete dieser Kirschbaum. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen in all diesen wunderschönen Dingen, aber auch in diesen wunderbaren Dingen, wenn wir ja unser, ja die Schöpfung, das Leben betrachten, wenn wir in die Funktionen unseres Körpers hineinschauen, wenn wir in das Weltall schauen, wenn wir in die Naturgesetze hineinschauen, wir sehen so unglaublich viel von Gottes Weisheit, von Gottes Schöpferfähigkeit und Schöpferkraft und Schöpfermacht im Großen wie im Minikleinen. Es ist atemberaubend, wenn man sich damit befasst, wenn man da in die Tiefe hineintaucht und dann sich klar macht, boah, das alles hat ein Schöpfergenie sich ausgedacht, erfunden. Wie kann man diesen Schöpfergeist nicht einfach nur anbeten? Aber Paulus sagt uns im Römer Kapitel 1, dass unsere sündhafte Seele, unsere, unsere, unser, unser, unsere sündhaftes Wesen als Menschen eben gerade das nicht will. Wir beten ihn nicht an, wir geben ihm nicht die Ehre, sondern wir wollen uns selber auf den Thron setzen. Wir wollen selber regieren über unser Leben. Wir wollen selber die Herrschaft haben. Und da, wo wir es versuchen, scheitern wir kläglich. Anstatt etwas gut zu machen, machen wir alles nur noch schlimmer. Das ist die Botschaft aus dem Anfang. Die Welt ist zerstört, der Tod ist hineingekommen. Das, worum es zu Ostern geht, ist die Rettung vom Tod, die Rettung vom Verderben, von Verdammnis, von der Zerstörung der Sünde. Das ist die Botschaft von Ostern. Wir sind gerettet, weil einer gekommen ist, der ohne Sünde war und alles auf sich genommen hat, unsere ganze Sünde hinweg getragen hat. Er hat alles auf seine Schultern genommen. Es war eine unfassbar große, schwere Last. Er hat sie auf sich genommen. Er ist der Nachkomme, von dem im 1. Mose 3, Vers 15 die Rede ist. Wenn Gott sagt zu der Schlange, da wird ein Nachkomme, der Frau, er wird kommen und dir den Kopf zertreten. Und um diesen Nachkommen geht es auch, als Gott sich entschließt, seinen Heilsplan durchzuführen durch einen Mann, den er erwählt hat, mitten heraus aus der sündhaften Menschheitsgeschichte. Sein Name ist Abraham. Und er nennt ihn Abraham, den Vater von vielen Völkern. Abraham, ihm ist verheißen worden, durch deinen Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Es ist der Nachkomme, durch den Rettung und Heil kommt in diese Welt. Und es ist nicht nur der eine. Es ist gesagt, der ganzen Nachkommenschaft. Ja, die ganze Nachkommenschaft Abrahams, Isaks und Jakobs, das Volk Israel, es soll der Segensträger sein. Nein. Aber Gott wusste, dass dieses Volk versagen würde darin, sein Licht wieder zu spiegeln, sein Zeugnis zu sein unter den Heiden. Es würde das nicht vollständig vollbringen. Nein, es wird der eine, der Knecht Gottes, von dem in Jesaja die Rede ist, der eine Knecht, der eine Nachkomme, der Sohn, der Jungfrau, Immanuel, Gott mit uns. Er wird kommen. Über ihn sprechen all die Propheten von Mose an. Das ist dieser Jesus, von dem wir predigen, den wir verkünden, der den Tod überwunden hat, der uns unser Retter ist. Nicht nur der Retter des Volkes Israel, sondern der Retter der ganzen Menschheit. Aber wir befinden uns mitten in der Geschichte Israels, der ganz jungen Geschichte Israels. Es geht um diese erste Familie, die Gott berufen hat, die er gerufen hat in seine Nähe, die er als Freunde berufen hat. Das ist sowas Unglaubliches, Unfassbares. Das Volk Israel staunt immer wieder darüber und irgendwie scheint es so wenig greifbar zu sein. Aber ja, Abraham wird Freund Gottes genannt. Gott sagt zu Abraham, du bist mein Freund. Was hat Abraham dafür getan? Die Schrift sagt, er vertraute Gott, er glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so hat Gott seine Geschichte mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Und diese Geschichte ist zu Ende gegangen. Haben wir letzte Woche zu Ende gelesen von Jakob und dann auch von seinen Söhnen, von seinem Lieblingssohn Josef. Und ich möchte kurz, damit wir das nochmal bedenken, wie Gottes Wort es betrachtet mit den Söhnen Israels, im ersten Buch der Chronik etwas lesen. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Ja, erste Chronik Kapitel 5. Das zweite Buch Mose fängt damit an, dass die Söhne Israels, die Söhne Jakobs nochmal aufgezählt werden, die nach Ägypten ausgewandert sind. Die zwölf Söhne, die zwölf Stammväter des Volkes Israels. Und auch im ersten Chronik Buch wird über diese Stammväter und ihre Nachkommen gesprochen. Und in Kapitel 5 steht etwas Interessantes. Die Söhne Rubens des erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene. So wird in der Aufzählung der Stammväter Israels oft Ruben als Erster genannt, aber nicht immer. Und das hat seinen Grund. Auch hier in der Aufzählung im ersten Chronik Buch wird nicht zuerst Ruben genannt, sondern Judah. Er hat nämlich sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Hier steht es. Weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels gegeben. Er hat Ehebruch begangen in der eigenen Familie. Ein schlimmes Vergehen vor Gott ist es ein schlimmes Vergehen. Und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen. Denn Judah hat die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Interessant, diese beiden Söhne bekommen eine besondere Stellung unter den Nachkommen Jakobs. Judah, was bedeutet oder sich zusammenhängt mit dem Wort Preisen? Lobpreis, Anbetung, das ist Judah. Und auf der anderen Seite Josef, der Lieblingssohn Jakobs, der von seinen Brüdern verstoßen wurde und insofern ein wunderbares Zeugnis, ein Vorläufer Christi ist, der uns zeigt, was der Retter tun würde. Ja, er ist von seinem eigenen Volk verstoßen worden, von seiner eigenen Familie. Und doch wird er zum Retter dieser Familie. Er, der Verstoßene. Er, der Verratene, der Verkaufte. Er wird zum Retter. Deswegen wird ihm hier das Erstgeburtsrecht zuteil. Er wird als der Erstgeborene hier bezeichnet. Aber die Oberhand hat Judah. Er ist derjenige, von dem der Fürst kommt. Und das zeigt sich darin, dass auch er bereit war, sein eigenes Leben zu geben für seine Brüder. Für seinen kleinen Bruder Benjamin hat er sein Leben angeboten, hat sich selbst bereit erklärt, in die Sklaverei hineinzugehen, um seinen Bruder zu bewahren vor diesem Schicksal. Und so finden wir Judah und Josef als die wichtigsten Stammväter Israels. Und dennoch werden sie alle zwölf genannt. Sie sind alle wichtig. Sie gehören alle zum Volk Israel. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen der einzelnen Stämme untereinander. Aber sie alle sind Teil dieses Volkes Gottes. So sind auch wir, Geschwister, jeder einzelne wichtig im Leib Christi. Jeder hat seine wichtige Aufgabe darin. Einer vielleicht eine höhere, größere Aufgabe. Der andere eine scheinbar kleinere Aufgabe. Deswegen ist er aber nicht unwichtig oder unbedeutend. Jeder einzelne ist wichtig. Wir steigen jetzt mal ein in 2. Mose 1. Und da steht, dies sind die Namen. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie jeder mit seinem Haus, mit seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isascha, Sebulon und Benjamin, Dan und Naftali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten. Dies sind die Namen. Ich musste an eine Stelle im Propheten Jesaja denken. Wisst ihr, Gott hat diese ganze Familie auserwählt. Alle Nachkommen Jakobs. Und es waren mittlerweile schon 70 geworden. Und unter diesen 70 waren auch zwei Frauen. Dina und die andere, jetzt muss ich nachschlagen, das habe ich hier vergessen. Sie hieß, es war eine Enkelin von Jakob. Sie hieß, kriege ich das so schnell raus hier? Wie hieß sie denn? Amira, hilf mir. Finde ich das? Ihr könnt es nachschlagen in 1. Mose 46. Ich habe es vergessen. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Ist das nicht wunderbar? Er hat ihren Namen bewahrt. Und Gott kennt uns mit Namen. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder ist unterschiedlich. Und doch sind wir alle bekannt bei Gott. Er kennt unseren Namen. Und das möchte ich kurz vorlesen. Jesaja 43. Und als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das passt so gut auch zu dem ganzen Buch Exodus. Aber wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Jesaja 43. Nur den Anfang davon. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Ja, dieses Wort gilt zu allererst dem Volk Israel. Wir dürfen es nicht einfach wegklauen und sagen, ja, da steht Jörg. Nein, da steht nicht Jörg, da steht Jakob. Da steht Israel. Ich kann es nicht einfach klauen. Nicht so einfach. Ja, ich darf es auch auf mich anwenden, aber nur aus einem einzigen Grund, weil mir gnädiglich, weil ich gnädiglich, das heißt ohne Verdienst eingepfropft bin in den heiligen Ölbaum, wie Paulus das in Römer 11 beschreibt. Ich bin eingepfropft. Ich bin, gehöre eigentlich nicht dazu. Ich bin hier eigentlich nicht angesprochen. Eigentlich stehe ich draußen und sehe zu, wie da dieser wunderbare Gott zu seinem geliebten Volk sagt, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich stehe draußen und sage, das ist ja schön, aber es gilt nicht mir. Geschwister, wenn wir da zu schnell drüber weggehen, sagt Paulus in Römer 11, dann stehen wir in einer großen Gefahr, nämlich hochmütig und selbstgerecht zu werden. Wir denken, wir haben es gepackt, wir haben es verdient. Wir sind ja die Christen. Wir sind nicht die Christen. Wir sind neugeboren aus dem Geist Gottes, weil wir an den geglaubt haben, der aus den Juden herausgekommen ist. Das Heil kommt aus den Juden. Er ist der Nachkomme Abrahams, Isaks und Jakobs, in dem sich die Verheißung Gottes an das Volk Israel erfüllt hat. Zuallererst und vor allen Dingen. Und dann aber hinaus das, was Jesaja sagt. Es reicht mir nicht, dass du nur der Retter Israels bist, sondern du sollst auch das Heil werden für alle Völker. Ein Licht für alle Völker. So ist es Gnade Gottes, dass ich hier auch mit angesprochen bin, dass ich ein Teil dieses Volkes sein darf. Dass auch ich mir das sagen lassen darf, was Gott hier ganz exklusiv seinem Volk Israel sagt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Guck mal, Geschwister, es ist eine doppelte Gnade für mich, für uns. Es ist schon so gnädig, dass Gott das Volk Israel erlöst hat. Wie viel mehr ist es für mich, für dich, für uns, die wir nicht nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs sind. Wie viel mehr ist es für uns eine Gnade, dass wir Erlöste sein dürfen. Dass wir nicht mehr unter der Angst leben müssen, unter der Herrschaft der Angst, sondern dass wir frei sein dürfen, weil wir wissen, der Herr, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist für uns, wie wir die letzten Wochen gehört haben. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Was für eine große Gnade, dass wir Teil davon sein dürfen. Fühlen wir uns noch so überaus geehrt, dass wir Teil dieses heiligen Volkes sein dürfen. Oder ist es viel zu selbstverständlich geworden für uns? Diese ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, es ist Israels Geschichte, nicht unsere Geschichte. Es ist Gottes wunderbares Wirken an diesem Volk, an Abraham, Isak und Jakob und seinen Nachkommen. Und wenn wir dann im Buch Exodus da hindurchgehen und es auch immer wieder auf unser persönliches Leben anwenden, lasst uns nicht den Fehler machen, dass wir es zuvorschnell vereinnahmen, dieses heilige Buch, was Gott den Vätern, was er Mose gegeben hat, was er dem Volk Israel gegeben hat, nicht uns, nicht unseren Vorfahren. Also sagt er hier zu jedem Einzelnen aus dieser großen Familie von 70 Seelen, sagt er, fürchte dich nicht. Geschwister, es geht Gott so sehr darum, dass sein Volk sich nicht fürchtet. Denn diese Welt ist zum fürchten. Jesus hat es auch zu seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst. Johannes 16, Vers 33. Aber deswegen sagt Gott auch so oft, fürchte dich nicht, weil wir Angst haben, weil es hier zum Fürchten ist, diese dunkle, finstere Welt. Und gerade das Volk Israel, es steht unter der besonderen Beobachtung des Fürsten der Welt, des Fürsten der Finsternis. Es ist unter besonderem Angriff. Warum? Weil Gott gesagt hat, durch deinen Nachkommen, Abraham, wird der Schlange der Kopf zertreten werden. Deswegen ist die Verfolgung der Juden durch die ganze Zeit hindurch immer auch der Versuch zu verhindern, dass dieser Nachkomme kommt. Dass dieser Erlöser kommt und das Werk Gottes tut, wozu Gott lange Zeit vorher gesprochen hat. In dieser ganzen Auseinandersetzung sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das blickt schon zurück auf die Errettung aus Ägypten. Aber es spricht auch hinein in eine Situation, wo Israel auch nicht gerade es einfach hatte, sondern sie standen immer wieder, immer wieder unter Druck. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt jeden einzelnen Namen dieser 70 Seelen. Er kennt jeden einzelnen Namen. Geschwister. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Geschlechtsregister im Alten Testament gibt. Die ganzen Namen werden aufgeführt. Sie sind wichtig für Gott. Es ist sein Volk. Er kennt jeden mit Namen. Sie gehören alle zu diesem Strang, zu dieser Familie, die gesegnet ist. Wo Gott gesagt hat, wer dich segnet, der wird gesegnet sein. Wer dich verflucht, der wird verflucht sein. Du bist gesegnet. Warum hat Gott das gesagt? Was haben sie dafür getan? Nichts. Sie sind die Auserwählten Gottes. Geliebt aufgrund von Gnade. Erwählt aufgrund von Gnade. Das Einzige, was sie getan haben, die Vorväter, was Abraham getan hat, ist, es anzunehmen. Ja zu sagen. Gott, du willst mich erwählen? Du willst wirklich mein Gott sein? Du willst, dass ich dir gehöre? Du willst, dass ich dein Freund bin? Ja. Ja. Und du willst, dass ich das andere hier alles verlasse, um deinet Willen? Okay. Ich lasse es hinter mir. Ich verlasse es. Deine Liebe ist mir so wertvoll, so wichtig, dass ich alles andere loslasse. Das hat Abraham getan. Er hat sich auf diese Liebeserklärung Gottes eingelassen, auf diese Erwählung. Und nichts anderes gilt aber auch uns. Denn auch wir bekommen durch Jesus Christus dieses Angebot. Auch du darfst Teil dieses erwählten Volkes sein. Willst du? Wenn du ja sagst, dann werden dir die Augen aufgehen und du wirst erkennen, ich habe dich schon vor Anbeginn der Schöpfung, noch bevor du gemacht wurdest, habe ich dich erwählt, dass du Teil dieser, dieser erlösten Schar bist. Und er sagt, ich lese mal hier weiter, wenn du durchs Feuer gehst, nee, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Was für eine wunderbare Anspielung, wenn du durchs Wasser gehst, das Volk Israel wird durchs Wasser gehen. Sie wissen es noch nicht. Sie werden nicht überflutet, überflutet werden. Sie werden nicht ersaufen, wie Luther so schön sagt. Nein, ich gebe Ägypten, Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Das ist Gottes unbegreifliche Liebe zu uns. Obwohl wir sündige Menschen sind und diese Liebe nicht verdient haben, erwählt uns Gott, dass er uns liebt. Er möchte uns lieben. Das ist sein Ziel gewesen von Anfang an. Er hat Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild, um sie zu lieben. Wir sind dazu bestimmt, von Gott Geliebte zu sein. Und das Einzige, was Gott daran hindert, dass er uns liebt, ist unsere Sünde, unsere Bocklichkeit, dass wir dicht machen, dass wir unser Herz dicht machen und sagen, nö. Ich mache mein eigenes Ding. Aber Gott will uns lieben und wir können, das ist so einfach. Es ist einfach nur ein Ja, Herr, okay. Ich gebe auf. Ich lasse es zu, dass du mich liebst. Ich lasse es zu, dass du mein Gott wirst. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Wisst ihr, Gott hat dieses Volk zu seiner Ehre geschaffen und sie tragen seinen Namen. Sie sind das Volk Gottes. Wow, was für ein Volk. Und ja, für uns sollte es so wie bei Ruth sein. Dein Volk soll mein Volk sein. So großartig. Ich möchte auch zu diesem großartigen, wunderbaren Volk, dass das geliebte, erlöste Volk Gottes ist. Das geschaffen ist zur Ehre Gottes, das seinen Namen trägt. Das mit dem Namen ist nämlich so eine Sache. Gott hat jedem seinen eigenen Namen gegeben und ruft jeden bei seinem eigenen Namen. Das heißt, er sieht uns. Wir sind sein eigen. Jeder einzelne, jedes Individuum. Er kennt dich, Tommy, ganz persönlich. Du bist einzigartig hier auf dieser Erde. Und er liebt dich und er hat dich erlöst und er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Und dann hat er dir seinen Namen gegeben. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du trägst seinen Namen, damit du ihn verherrlichst. Das ist genauso wie bei jedem anderen auch, der ein Kind Gottes durch Jesus Christus geworden ist, den Retter Israels. Lass uns zurückkehren ins zweite Buch Mose, Kapitel 1. Dies sind die Namen der Söhne Israel. Jeden Einzelnen hat Gott mit Namen gerufen. Jeder Einzelne gehört Gott. Jeder Einzelne ist wichtig und wertvoll in Gottes Augen, sodass er sich aufmacht, um sie alle herauszuretten aus Ägypten, aus der Sklaverei. Diese alle kamen nach Ägypten. Und Vers 6, Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Wir schreiten also in der Geschichte große Schritte voran. Viele Jahre vergehen hier, ohne dass wir hier genauer auf die Geschichte eingehen. Gottes Wort ist nicht vollständig in dem Sinne, dass es die ganze Geschichte abbildet. Sie fokussiert sich auf wichtige, wesentliche Dinge der Geschichte, um uns Gott und seinen Charakter vor Augen zu führen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn erkennen. Die wichtigen Dinge, die Gott getan hat in der Geschichte. Aber es gibt Phasen in der Geschichte der Menschheit. Es gibt auch Phasen in der Lebensgeschichte eines Menschen. Da passiert nicht viel. Und wir sagen immer, oh Gott, hier muss doch irgendwie mal die Post abgehen. Hier muss doch irgendwas los sein. Warum ist das so langweilig? Warum zieht sich das alles so? mit Corona und so. Vieles, was Gott tut, tut er in diesen stillen Zeiten, wo scheinbar nichts passiert. Aber es passiert eine Menge in dieser Zeit. Nur es wird nicht ausführlich berichtet und dargestellt, weil nicht nichts Außergewöhnliches in dieser Zeit passiert. Aber aufs Ganze gesehen passiert unheimlich viel. Und das lesen wir jetzt gleich. Hier steht es. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Geschüster, das ist fast ein Zitat. Mose zitiert hier fast geradezu den Schöpfungsbericht. Und zwar den Schöpfungsauftrag Gottes an den Menschen. In 1. Mose 1, Vers 28 steht, dass Gott sagt zu den Menschen, die er geschaffen hat, zu Mann und Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Genau das tut Israel. Sie erfüllen das Schöpfungsgebot Gottes. Und nicht nur das Schöpfungsgebot Gottes, sondern auch das, was Gott zu Abraham, Isaac und Jakob gesagt hat. Ich zitiere einfach mal hier aus 1. Mose 35, Vers 11. Da hat Gott in Bethel zu Jakob gesprochen und hat zu ihm gesagt, in Vers 9, 35, Vers 9, Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen sollen aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Interessanterweise hat Jakob dann tatsächlich noch einen Sohn gezeugt. Nach dieser Verheißung, seinen letzten, den Benjamin, diese Aufforderung, sei fruchtbar und mehre dich. Gott möchte, dass das Volk fruchtbar ist, dass Frucht entsteht aus dieser Liebesbeziehung mit Gott. Und das möchte Gott auch für uns. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Er spricht davon, Jesus spricht davon zu seinen Jüngern in Johannes 15, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Vater möchte, dass ihr meine Jünger seid und Frucht bringt. Dass Liebe, die in euer Herz ausgegossen wird, hinaus fließt durch euer Leben in die Welt hinein. Und dass daraus noch viel mehr entsteht, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass neue Kinder Gottes geboren werden. Die Söhne Israel, die Nachkommen Israels waren gehorsam, sie waren fruchtbar und mehrten sich. Und Gott hatte sie gesegnet und gesagt, ihr sollt, es ist ein Segen, es ist nicht nur ein Befehl, es ist nicht nur ein Auftrag, sondern es ist auch ein Segen. Kinder zu bekommen ist nicht etwas, was ich ohne weiteres so machen kann. Das wissen eine Menge Menschen in diesem Land, in unserer Gemeinde wissen es einige, dass es nicht so selbstverständlich ist, bruchbar zu sein, sich zu mehren, jetzt im Natürlichen, Kinder zu bekommen. Aber Gott hatte sie gesegnet, sodass sie tatsächlich sich rasant vermehrt haben. So sehr, dass der ägyptische König Angst bekommen hat. Hier steht es. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Hier, auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinauf zieht. Der Pharao, dieser neue König, der von Josef nichts mehr weiß und nicht mehr weiß, was für ein Segen mit diesen Menschen, mit diesem Volk verbunden ist. Er weiß nichts mehr davon, wie durch ein Mann aus diesem Volk ganz Ägypten gerettet wurde vor einer schlimmen Hungerkatastrophe. Er wusste davon nichts mehr, hat es vergessen. Denn wenn er es noch gewusst hätte, dann hätte er nicht gesagt, oh furchtbar, das Volk Gottes wird immer größer hier. Nein, er hätte gesagt, wie gut, dass wir so viele Leute haben, die so eine enge Beziehung mit Gott haben, die so gesegnet sind. Durch sie wird unser ganzes Land gesegnet. Er hätte keine Angst gehabt, sondern er hätte sich gefreut. So wie sich der Pharao gefreut hat, dass Josef seine ganze Familie, seine ganze Mischboke, 70 Seelen mit nach Ägypten gebracht hat. Er hat nicht die kommende Katastrophe gewittert und gedacht, oh nein, wenn jetzt die 70 kommen, was wird da noch alles kommen? Nein, er war voller Zuversicht und wusste, mit Josef haben wir einen guten Mann hier. Einen, der die Weisheit Gottes hat, der in dem der Geist Gottes ist, auf eine Weise, wie sonst nie zu finden ist. Was kann es Besseres geben, als solche Leute unter sich zu haben, die eine besondere Beziehung zu dem Herrn des Himmels und der Erde haben? Zum Gott aller Götter. Und das ist es, was Gott hier richtet. Es ist wieder ein Sündenfall. Die Welt erhebt sich, die Macht dieser Welt erhebt sich im Pharao und überhebt sich über diejenigen, die Gott auserwählt hat, zum Segen zu werden für die ganze Welt. Anstatt sie zu fördern, unterdrückt er sie. Er hat Angst vor ihnen. Und da sieht man, von welcher Macht er getrieben ist. Und da macht er Finsternis. Und die Macht der Finsternis, die zeigt sich zuallererst in der Angst. Dass du machst mir Angst, die machen mir Angst. Dann kommt das Nächste. Prognosen werden angestellt. Was könnte passieren? Was wäre, wenn? Man könnte es auch Vorurteile nennen. Spekulationen schießen ins Kraut. Verschwörungstheorien. Die Juden sind unser Unglück. Sie sind schuld an allem. Das hört sich in unseren Ohren natürlich total furchtbar an. Wir sind darin aufgewachsen, dass das gar nicht geht. Ja, ist es sogar Gesetz, dass man so etwas nicht verbreiten darf. Das ist Volksverhetzung. Ja, wir haben aber diese Geschichte hinter uns und es steckt noch tief drin. Steckt noch tief drin. In unserem Volk, in unserem Denken, in unserem deutschen Denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir sehen, Gott hat dieses Volk erwählt und er hat seinen Segen auf dieses Volk gelegt. Und er hat gesagt, wer euch segnet, wer dich segnet, wer deine Nachkommen segnet, der wird selber gesegnet sein. Wer aber euch verflucht, der wird verflucht sein. Der Pharao wählt aber den anderen Weg. Er sieht die Juden als Bedrohung, die Israeliten als Bedrohung an. Die Angst kommt in ihm hoch, Spekulationen, Vorurteile, Verschwörungstheorien. Daraus entsteht Hass und der Hass führt letztendlich dann auch zur Tat. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte Pitom und Ramses. Hier bei der Erwähnung von Ramses wird dann gerne auch eine zeitliche Einordnung vorgenommen. Ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen. Die Chronologie ist nicht so ganz einfach herzustellen. Wann hat das Ganze hier eigentlich stattgefunden? Wann hat das Ganze gespielt? Es gibt da sehr unterschiedliche Ausleger, die das unterschiedlich auslegen. Archäologische Befunde, die teilweise für die eine Theorie oder für die andere Theorie sprechen. Es gibt da einen ganz interessanten Film. Wer sich da mal mit befassen will, dem kann ich da mal eine Empfehlung weitergeben, wer das persönlich möchte. Aber das ist recht komplizierter, komplizierte Geschichte. Die Angaben sind einfach hier so geringen, dass wir da relativ wenig und auch die Überlieferungen aus den Zeiten sind nicht unbedingt so riesig, dass wir immer die Geschichte genau einsortieren können mit dem, was wir wissen. Und auch unser Wissen ist ja letztendlich nur Stückwerk. Wir buddeln in der Erde und wir suchen ein paar Mosaiksteinchen und versuchen die irgendwie zusammenzusetzen und meinen dann, dass wir wissen, was in der Geschichte passiert ist. Gottes Wort erzählt uns hier von dem, was dem Volk Israel widerfahren ist und das ist das Wichtige. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Und das ist das Krasse. Sie haben es böse gemeint, aber Gott macht es gut mit ihnen, so wie mit Josef. Sie werden unterdrückt, sie werden bedrängt, sie werden mit Zwangsarbeit belastet, aber das führt nicht dazu, dass sie tatsächlich weniger werden, dass sie weniger gesegnet sind. Nein, diese Verfolgung führt zu Leiden, die aber zum Wachstum führen. Und so ist es auch geistlich, Geschwister. Wir können das geistlich anwenden. Hebräer 12, Vers 10. Da sagt Gott uns, Hebräer 12, Vers 10, sagt er, Unsere leiblichen Väter züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Diese ganzen Leiden, die über das Volk Israel gehen, es ist wie eine Züchtigung, es ist wie eine Strafe, wie ein Leiden, das über sie geht. Aber am Ende führt es zum Segen. Am Ende wird da etwas Gutes draus, so wie wir es zuletzt gelesen haben im Röberbrief, Kapitel 8, wo uns gesagt wird, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, auch das Leiden, zum Guten mitwirken. Es wird am Ende das Ziel erreicht, was Gott für unser Leben vorhat, nämlich teilhaftig zu werden an seiner Heiligkeit. Also, so konnte Jakobus dann auch sagen, ich freue mich, lasst uns freuen, wenn wir in mancherlei Prüfungen hineingeraten, weil es am Ende etwas bewirkt in uns, was Gott verherrlicht. Wir sind am Ende das, wozu wir geschaffen sind, wir verherrlichen Gott. Durch diese Leiden wird das erst, wächst das erst. Der Kirchenvater Tertullian aus dem zweiten Jahrhundert hat das mal so ausgedrückt, in einem ganz kurzen Satz. Es ging um eine Zeit, wo Christen verfolgt wurden und er hat eine längere Schrift verfasst, um einfach auch etwas dagegen zu setzen, gegen alle falschen Vorwürfe, die den Christen gemacht wurden. Und er schreibt in diesem Apologetikum, 197 nach Christus, Fahrt nur sofort, treffliche Präsidenten, die ihr beim Pöbel viel beliebter werdet, wenn ihr ihm Christen opfert, quält, martert, verurteilt uns, reibt uns auf. Eure Ungerechtigkeit ist der Beweis unserer Unschuld. Deswegen duldet Gott, dass wir solches dulden. Doch die ausgesuchteste Grausamkeit von eurer Seite nützt nichts. Sie ist eher ein Verbreitungsmittel unserer Genossenschaft. Wir vermehren uns jedes Mal, wenn wir von euch niedergemetzelt werden. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Christen. Das ist das, was das Volk Israel schon erlebt hat, als das Volk Gottes, als das erwählte Volk Gottes. Sie wurden unterdrückt. Sie sollten ausgemerzt, ausgerottet werden. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Nein, sie wurden noch viel mehr. Und das ist für alle Christen, die unter Druck stehen, die bedrängt werden in ihrer Familie, in ihrem persönlichen Umfeld. Ja, die vielleicht auch in Ländern leben, wo schwere Verfolgung, Christenverfolgung stattfindet. Das ist ein großer Trost zu wissen, all diese Leiden, die ich erdulde, sie dienen am Ende dafür, dass noch mehr Menschen gerettet werden, dass Gott noch mehr verherrlicht wird, dass ich Gottes Ebenbild noch mehr ähnlicher werde. Der Trost ist nicht, dass Gott uns vor allem Bösen bewahren wird. Er bewahrt uns vor so vielem. Aber unser Trost ist, dass alles, was Gott zulässt in unserem Leben, am Ende dazu dient, dass wir ihm ähnlicher werden und dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Und dazu gehört auch, dass dadurch Menschen, noch mehr Menschen zum Glauben kommen, dass wir uns mehren, weil Gott liebt es. Gott liebt uns Menschen. Er wünscht sich so sehr, dass ganz viele Menschen gerettet werden und das ewige Leben empfangen und seine Liebe erfahren, seine ewige Liebe. Gut, wo waren wir? In 1. Mose, 2. Mose 1. Da steht in Vers 13, es geht also weiter, die Verfolgung, da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld. Mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Shifra und die andere Pua hieß. Zwei Hebammen, zwei Frauen werden hier genannt. Wunderbare Frauen, Heldinnen Gottes. Shifra und Pua. Sie waren sicherlich nicht irgendwelche Hebammen, sie waren vielleicht so eine Art, was weiß ich, Gewerkschaftsvorsitzende der Hebammen oder so, keine Ahnung. Sie waren auf jeden Fall, hatten sie eine führende Position unter den Hebammen. Hebräische Hebammen. Und der König ließ diesen Frauen sagen, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt hälft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. So eine krasse, so eine schlimme Wendung in dem Ganzen. Der König in seiner Verfinsterung treibt das Ganze, diese ganze Verfolgung auf die Spitze, indem es jetzt um Mord geht. Er stiftet diese, will diese hebräischen Hebammen anstiften dazu, Kinder zu töten. Kinder, die geboren sind, um Leben zu haben. Gott erschafft Menschen, lässt Menschen in dem Bauch einer Mutter wachsen, damit sie geboren werden und leben. Gott will nicht den Tod, sondern das Leben. Er ist der Gott des Lebens. Und er hat Adam und Eva am Anfang gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Er hat Noah und seiner Familie gesagt, als ihr aus der Arche herauskamen, seid fruchtbar und mehret euch. Er hat es Abraham und seinen Nachkommen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Er ist ein Gott des Lebens, nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Menschen. Aber der König trägt den hebräischen Hebammen auf, sie sollen töten. Und sie sollen nicht alle Kinder töten, sondern nur die Jungs. Wir kennen das heute, das ganze Spiel, nur in die andere Richtung, in Indien oder in anderen Ländern. Wo es tatsächlich immer noch Praxis ist, dass ein Kind, wenn es auf die Welt kommt und man feststellt, es ist ein Mädchen, es getötet wird. Ja, mittlerweile sind unsere technischen Möglichkeiten so gut, dass wir das ja schon im Mutterleib sehen können oder meinen sehen zu können. Oh, es ist ein Mädchen. Wir wollen doch kein Mädchen, wir wollen einen Jungen. Wir wollen einen Stammhalter. In Indien hat es ja noch diesen schlimmen Hintergrund, dass durch die ganze Mitgiftgeschichte, ja, ein Mädchen, das kostet uns viel zu viel Geld, das können wir uns nicht leisten. Solche schlimmen Auswüchse von Kulturen, von gottlosen Kulturen. Aber auch andere Menschen, die ausgesondert werden. Das Kind hat Down-Syndrom. Das wollen wir nicht haben. Wir treiben es ab. Wir müssen heute nicht mehr bis zur Geburt warten. Nein, wir haben andere Mittel, es auszusondern. Es wird getötet. Diejenigen, die dafür da sind, das Leben in die Welt zu bringen, dazu zu helfen, dass das Leben auf die Welt, das Leben zu schützen, das Leben zu bewahren, von der Mutter, von dem Kind. Sie sollen zu mördernd werden. Geschwister, das ist hier in Deutschland gerade aktuell extremst die Debatte. Dass Menschen, die eigentlich dafür eingesetzt sind, die einen Beruf ergriffen haben, um das Leben zu bewahren, um das Leben zu schützen, dass sie zu mördern werden sollen. Sei es am Anfang des Lebens, sei es am Ende des Lebens. Es gibt Länder, wo mittlerweile, ich habe eine Geschichte gehört von Hebammen in Schweden, die ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben können, weil sie sich weigern, an Abtreibungen teilzunehmen. Ihr Gewissen sagt, wir können das nicht in Einklang bringen mit unserem Auftrag, den wir haben. Aber die Gesellschaft ist so weit weg von den Geboten Gottes, die einmal vielleicht für die Gesellschaft prägend waren, die für die Gesetzgebung auch prägend waren. Die Gesellschaft hat sich so weit davon weg entwickelt, dass sie sagt, nein, das zählt für uns nicht. Hinter diesem ganzen Anschlag steckt der finstere Plan des Widersachers, den Nachkommen auszurotten. Die Gefahr, der Satan sieht, wo die eigentliche Gefahr ist. Und wenn wir das aber auch mal übertragen, Geschwister, ist es tatsächlich auch so. Gott sagt in seinem Wort, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und Jesus sagt uns, wenn du nicht glaubst wie ein Kind, dann wirst du nicht in das Reich Gottes reinkommen. Kinder sind eine Gefahr für den Satan. Weil Kinder uns plötzlich unseren Unglauben plötzlich hinterfragen. Weil Kinder plötzlich uns mit dem Glauben konfrontieren. Und dann stehen wir als Erwachsene plötzlich da. Nein, dann ist es besser, wenn diese Erwachsenen keine Kinder haben. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und von Kindern können wir lernen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Deswegen hasst der Satan Kinder. Aber unsere Haltung als Kinder Gottes sollte sein, so wie Gott selber auch. Kinder sind eine Gabe Gottes. Immer her damit. Her mit den kleinen Burksen. Ja, wir wollen lernen, Verantwortung. Und das ist es. Wir lernen noch so viel mit den Kindern. Wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Uns hinzugeben für jemand anders. Ganz hinzugeben. Wir werden über die Grenzen hinaus gefordert. Ich kann nicht mehr. Ich brauche meinen Schlaf. Aber dieses Kind braucht jetzt meine Liebe. Wer zählt mehr? Ich oder dieses Kind? Dieses Kind. Ich lerne, wie Christus, mein eigenes Leben hinten anzustellen. Und das Leben eines anderen höher zu achten als mein eigenes. Was für wertvolle Geschenke sind Kinder in unserem Leben. Welch großartige Bereicherung. Sie sind Gaben Gottes. Und der Teufel will aber verhindern, dass wir Kinder kriegen. Und sein Plan ist ganz ausge... Er ist so trickreich, wisst ihr, dass er eine Gesellschaft so beeinflusst, dass sie auf der einen Seite Kinder vergöttert und auf der anderen Seite Kinder hasst. So ist unsere Gesellschaft in Deutschland. Es ist echt irre. Diese beiden Frauen haben sich nicht beeinflussen lassen. Hier steht was Wunderbares. Sie haben gesagt, oder hier steht, weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte. Sondern ließen die Jungen am Leben. Wie wunderbar. Die God-fearing Hebammen. Midwives. God-fearing Midwives. Wunderbar. Wir können diese Geschichte, und ich will das jetzt auch nicht übertreiben, ich will das jetzt auch nicht bis zum Ende hier durchgehen. Lass uns einfach das sehen. Das Volk Gottes steht unter Beschuss. Das Volk Gottes, die Israeliten stehen, standen über Jahrtausende hinweg unter Beschuss. Dahinter steckt eine finstere Macht, die den Plan Gottes durchkreuzen will. Wir dürfen zu dem Volk Gottes gehören durch Jesus Christus. Und Gott sagt uns, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Widersteht ihm im Glauben. Und eine der Tricks, die der Teufel aufbietet, um uns Segen zu rauben, um uns klein zu halten als Volk Gottes, ist, dass er uns das mit den Kindern madig machen will. Dass er uns Glauben machen will, dass Kinder nicht ein Segen sind, sondern dass sie ein Fluch sind. Dass sie eine Belastung sind. Ja, natürlich haben wir viel Last zu tragen, auch mit den Kindern. Aber sie sind und bleiben ein Geschenk Gottes. Eine Gabe Gottes. Jesus, wir danken dir dafür, dass du als Baby in diese Welt gekommen bist. Und der Teufel konnte es nicht, hat es nicht geschafft, dich auszulöschen. Er hat es nicht geschafft, damals in Ägypten, weil zwei Hebammen mutig aufgestanden sind und sich gewährt haben, es nicht zugelassen haben. Herr, und hilfst du uns, dass auch wir Widerstandskraft haben, im Glauben dem Teufel zu widerstehen, in welcher Gestalt er uns auch immer entgegentritt. Dass wir fähig sind, einer gottlosen Gesellschaft, einer finsteren Kultur uns entgegenzustellen und Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Dass wir mutig sind und dafür brauchen wir die Kraft deines Geistes. Erfüll du uns, Herr, heute Abend mit dieser Kraft und Furchtlosigkeit deines Heiligen Geistes. So wie du diese Frauen erfüllt hast mit Furchtlosigkeit. Wie du uns auch sagst, fürchte dich nicht. Herr, wir sind so wertvoll in deinen Augen, aber nicht nur wir, sondern all diese Menschen, Jesus, die du in diese Welt hineinbringst und gerade die Kleinen, die kommen, die jetzt kommen, die noch kommen werden. Herr, wir bitten dich, erbarme dich über unser Land. Da, wo so viele Morde geschehen, Tag ein, Tag aus. An hilflosen Wesen, Herr. Hilf du, dass wir Wege finden, das zu verhindern in unserem eigenen Umfeld, dass wir die Chancen nutzen, die wir haben, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. So wie diese Hebammen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um dagegen aufzustehen und Segen zu spenden, Segen zu bringen, Leben zu erhalten und bewahren, Leben zu stärken, anstatt es zu zerstören. Herr, Lob und Dank sei dir, dass du uns so liebst und dass du das Leben so liebst und dass du die Kinder so liebst. So segne du uns und stärke uns für den Dienst. Amen.